Hallo Mama, ich bin gerade in Kassel und bekomme gerade die Chance, die übers Internet zu sagen, wie gerne ich dich habe. Und jetzt sage ich dir, dass ich dich unglaublich lieb habe und du bist die beste Mama auf der ganzen Welt und du hast einfach alles toll gemacht mit uns. Und ich glaube, ich rede auch für Christina, Bernd und Markus mit, wenn ich sage, dass wir dich unglaublich lieben und auch das Beste auf der Welt bist.